willkommen bei der swiss traders money show https daytrader website youtube swiss trader disclaimer keine beratung wir zeigen nur trends auf es gibt bei uns keine einstiegs oder ausstiegsempfehlungen schauen wir den die indizes an hier den dax zum beispiel ich habe hier ein bisschen viele indikatoren drin und man sieht da fast nicht dass wir hier ein down gap haben also wir sind leicht gesunken und der vortages schluss ist etwa hier oben also etwa auf 15 5 4 7 die der das war eigentlich kein crash aber sozusagen der bitcoin crash der ist ja etwa um bis zu zehn prozent nach unten gegangen der hat sich bis jetzt auf die aktienindex indizes nicht ausgewirkt also wir können da nicht davon ausgehen dass dass es weiter nach unten geht das habe ich ja am samstag und sonntag berichtet bin hier short gegangen und ich habe da den den take profit bei 57.000 gemacht aber das ist dann natürlich viel weiter nach unten gegangen und ja bei bei bitcoin da muss man ein bisschen in anderen kategorien denken also ich würde da eher mit bitcoin immer nur im stunden chart traden sogar der vier stunden chart ist da zu grob und jetzt sehen wir wieder eine leichte erholung in bitcoin wir sind da genau am wie web also dann neutral in einer neutralen situation ist irgendein einstieg sehr heikel ja noch zum rückblick wir haben hier eine schöne wolf wave gesehen mit überschuss und mit dem ausbruch aus dem keil und da sozusagen ein a b c und das ist vielleicht noch wichtig also wenn wir da bei der fünf sind also 1 2 3 4 5 da dürfen wir noch nicht short gehen sondern es ist wirklich am besten wir warten bis der keil durchschritten ist und gehen erst hier short oder sogar erst nach einem abc also erst nach einem abc rebound in die nähe der unteren trennlinie dann sind wir bei da sind wir sicherer wenn wir hier einsteigen jetzt schauen wir mal sehen wir da im tau im tau da haben wir natürlich auch wieder so eine struktur 1 2 3 4 5 alles bilder buch mäßig aber eben wir sind jetzt da im überschuss wohlgemerkt im stunden chart da kann man jetzt noch nicht short gehen also ich würde auch wieder abwarten bis bis da zumindest irgendwo dass wir da drunter gehen dann sind wir eher sicher also momentan ist das sehr unsicher und wenn wir da mal weiter zeichnen also der schnittpunkt der wird wahrscheinlich erst anfangs mai sein und eben die wolf wave die ist gültig wenn 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 der apex punkt überschritten wird und wir durchqueren den keil nicht dann ist die wolf wave eben nicht mehr gültig also da wir sehen momentan noch keinen short also es geht wahrscheinlich nochmals nach oben nach oben schauen wir mal den dax nochmals an im stunden chart hier haben wir auch so was ähnliches etwas verquetschtes wie eine wolf wave eher ein steigender kanal der da massiv überschritten wurde und zeichnen wir das mal so also wir sehen hier noch wahrscheinlich sehr lange keinen keinen Apex punkt oder auch keine kein anzeichen für einen massiven also für einen unterschreiten der unteren linie Dann schauen wir auf die Gelddruckerei DXY immer noch sehr schwach, das heisst auch wir haben sehr viel Liquidität, es wird Geld gedruckt, etwa 500.000 Euro pro Sekunde und stellen Sie sich vor, das Geld muss irgendwo hinfließen und das fließt in die Aktien. Und die US 10 Years, die ist auch immer noch tief, ich bin jetzt nicht sicher, ob die überhaupt schon gehandelt wird, aber der DXY wird auf jeden Fall schon gehandelt. Dass der so tief ist, ist sozusagen für Bären ein schlechtes Zeichen. Dann der SMI, der ist da auch immer noch sehr bullisch unterwegs, wir sehen da zwar auch so eine Keilstruktur und zwar sind wir hier schon unter dem Keil. Das könnte eventuell ein ganz leichtes Anzeichen für eine Short-Situation sein, da wäre ich aber auch vorsichtig. Der SMI ist ein bisschen weniger anfällig auf Gelddruckerei, aber trotzdem, der macht natürlich die großen Bewegungen auch nicht, einfach mit ein bisschen schlechteren Korrelationen. Also hier sieht es jetzt wirklich so aus, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, wir haben da kein richtiges Überschreiten der 5, das ist auch ein bisschen kein richtiger Überschuss, ist nicht so gut. Also da bin ich jetzt überhaupt nicht sicher, ob es da wirklich um eine Wolf-Wave handelt oder nur um einen Keil und sieht dann noch nicht, auch hier sieht es noch nicht nach sehr großer Konsolidierung aus. Dann der SPX, also der US500, da, wieder sehr schwierig zu interpretieren, wir haben hier eine sehr lange Aufwärtsstrecke, haben diese aber überquert, also die Aufwärts-Trennlinie, die ist gebrochen, würde dafür sprechen, dass wir eine Konsolidierung haben, aber eben da auch ein bisschen aufpassen. Ja, solche Dinge, divergierende Trennlinien, die sind oft sehr bullish da auch aufpassen. Da kann ich jetzt momentan auch nicht sagen, was da geschieht. Gold hingegen, Gold sieht jetzt momentan am bullischsten aus von allen und ich denke zumindest so gegen Anfang Mai wird Gold wahrscheinlich ziemlich durch die Decke gehen. und ja, wenn wir da mal sonst die Zahlen anschauen, also der durchlaufende DAX ist leicht im Minus, der US30 ist im Minus, da ein bisschen halt Vorsicht walten lassen. Jetzt, was ich da noch sagen wollte, wir haben hier den DAX. Wir sehen hier, wir sind hier in der Nähe des PDCs, des Pre-Day Closes, also in der Vortagesschluss, machen wir das auf M15 und da müssen wir aufpassen, also in der ersten Stunde nach 9 Uhr, also in der echten Handelsstunde nach der Vorbörse, tendiert der tendierten die Indie Closes zumindest immer gegen den Pre-Day Clothes. Manchmal wurde der sogar eben überschritten, da wie massiv am letzten Freitag und ja, da müssen wir also auch sehr, sehr gut aufpassen und und eben absolute Vorsicht walten lassen mit dem Short. Ich empfehle, wenn wir über dem V-Web sind, keinen Short zu starten. Also der V-Web, der dürfte jetzt die Long-Short-Grenze sein, ist ja einer nicht immer und wir können da natürlich schon Short gehen, aber immer mit relativ mit großer Vorsicht. Wir sehen auch hier, wir haben hier da wieder so einen Keil im 15-Minuten-Chart, der auch so was ja, wir haben hier drei Auflagepunkte und der sieht da schon ein bisschen Short aus. Gut, das war's mit der Money Show. Schauen Sie auf Daytrader-Website und dann bis später.